Rückmahl macht bestehende Tische elektrisch höhenverstellbar und somit kann jeder Tisch, den man zu Hause hat, kann man den elektrisch höhenverstellbar machen und umfunktionieren. Durch die wechselnden Steh- und Sitzpositionen bei höhenverstellbaren Tischen kann man zum einen Rückenschmerzen mindern und eliminieren, aber auch vorbeugen und dazu kommt noch, dass wenn man diese Position einnimmt, dass wissenschaftlich bestätigt die Produktivität gesteigert wird und man dann schmerzfrei als auch produktiv arbeiten kann. Aktuell auf dem Markt gibt es nur sehr teure höhenverstellbare Tische, die auch sehr aufwendig sind anzubringen und zu bestellen und sehr teuer vor allem und das wollen wir einfacher machen, indem man einfach einen Schuh unten an den Tisch ran machen kann und dann der bestehende Tisch elektrisch höhenverstellbar wird. Und das Ganze ist super einfach, also wenn man auch dann am nächsten Tag am Esstisch arbeiten will, dann kann man einfach den Esstisch benutzen und am nächsten Tag wieder den Homeoffice-Tisch zum Beispiel. In Zukunft soll es zu der Hardware auch noch eine Softwarekomponente geben, eine sogenannte Desktop-App, die eben den Nutzer motiviert, auch langfristig gesund zu arbeiten, denn oft ist es so, dass Leute höhenverstellbare Tische haben, die am Anfang benutzen und dann irgendwann nach einem halben Jahr das Ganze nicht mehr machen. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Wir haben erste Pilotkunden und Partner, die auf das Produkt aktuell warten. Wir sind auch gerade durch das React Gründerstipendium gefördert und wir haben natürlich einen fertig konstruierten Prototypen. Und gerade machen wir die ganzen Risikoanalysen und Tests für unsere CE-Kennzeichnung und auch das TÜV-Zertifikat, sodass wir dann im nächsten Schritt die ganzen Schutzrechte final sichern können und dann das Pilotkundentesting und den Markteintritt, dass die beiden Sachen dann erfolgen können. Bis zum nächsten Mal.